Einen Kuchen ins Büro mitbringen, Trinkgeld geben oder Cowboyhüte tragen. Ganz harmlose Dinge können hier in Australien wirklich übel ausgehen. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit über 15 Jahren in Australien. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Dass es große kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Australien gibt, das kann ich nicht nur aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es auch durch zahlreiche sozialwissenschaftliche Studien gut belegt. Wo es Unterschiede gibt, da sind die Missverständnisse nicht weit. Und da kann es sehr schnell ultrapeinlich werden. Darüber werden wir heute reden. Und mit dabei ist Maren. Hallo Maren. Hallo Chris. Ja Maren, wir haben uns ja beide hingesetzt, haben ultrapeinliche Situationen zusammengetragen. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen, sowohl bei uns als auch unseren Freunden und Bekannten. Ich mache mal einen Anfang. Eine Situation, erstes Jahr in Australien, ich war im Restaurant, habe mich hingesetzt, der Kellner hatte mich begrüßt, ich habe die Speisekarte studiert und dann hat er mich einfach eiskalt ignoriert. Der hat da sein Ding gemacht, hat irgendwelche Tische gewischt, irgendwas aufgeräumt, dann stand er einfach mal so rum und ich wurde schon richtig sauer. Ich bin schon hier in Karen Mode gegangen und wollte mich gleich nicht beschweren. Bis ich herausgefunden habe, dass man in Australien sehr oft eben nicht beim Kellner bestellt, sondern man bestellt am Counter. Man muss nochmal aufstehen, man geht vorne an die Theke und da gibt man seine Bestellung auf, wo man auch oft gleich bezahlt. Ist nicht überall so, aber in manchen Restaurants und man sollte auf das Schild Order at the Counter achten, ansonsten sitzt man da bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich hatte eine ähnliche Situation und zwar habe ich an der Bushaltestelle gewartet, weil ich mit dem Bus in die Stadt fahren wollte und man kennt das ja, man ist in Deutschland an der Bushaltestelle und der Bus hält und man steigt ein. So, ich saß dann da also und der Bus kam und er fuhr mir vorbei. Ich dachte mir ja, okay, wer weiß vielleicht, manchmal hat man ja so Wartungsfahrten und sowas, wer weiß, was da gerade los war, und warte auf den nächsten Bus und der fährt wieder an mir vorbei. Ja, und da wurde ich schon ein bisschen skeptisch. Tja, und ich habe dann rausgefunden, weil ich mich jemanden gefragt habe, der da stand, dass hier in Australien manchmal gibt es diese Schilder, da steht drauf, Hail the Driver, also man soll dem Fahrer winken und nur dann halten die an. Und weil ich da einfach nur stumm saß, als würde ich mir die Zeit vertreiben, sind die Busse einfach an mir vorbeigefahren. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Also, gibt es das in Deutschland überhaupt? Das heißt ich. Es gibt so Züge, die halten nur dann, wenn man drückt, so Bedarfshaltestellen. Aber ansonsten... Ja, Straßenbahn kenne ich das, genau. Ja, genau. Es sind ja wirklich oft so die harmlosen Dinge im Alltag, die dann die größten Verwicklungen nach sich ziehen. Ich habe noch einen ultra unangenehmen Fall für euch. Ein Bekannter von mir hat auf seiner Australienreise am Strand gefilmt. Und es war nicht ganz leer an dem Strand und deswegen hat er automatisch eben auch Kinder mitgefilmt. Und das triggert Australien ja wirklich hart, die ja immer Angst haben, dass der schwarze Mann hinter dem Bus steht und ihn irgendwie die Kinder klaut. Und da hat er auch gleich Ärger bekommen, da hat ihn tatsächlich jemand angesprochen. Also ultra unangenehm. Ich glaube, wenn mir das passiert wäre, ich wäre gleich wieder ins Flugzeug gestiegen. Das hätte ich gar nicht vertragen, sowas. Ich kann es kaum hören. Sehr, sehr schrecklich. Auf jeden Fall. Ja, da muss man echt mit aufpassen. Australien, ihre Kinder, also... Ja. Schlimm. Jetzt bitte noch einen draufsetzen. Nein, ich mache jetzt lieber was ganz harmlos. Das ist gar so schrecklich. Es sind ja gerade diese ganz harmlosen Dinge, wie du gesagt hast, wo man ins Headnäpfchen tritt, wo man halt eben ganz normale Dinge tut und einfach nicht damit rechnet, dass es gerade in einem anderen Land oberpeinlich ist. Ja, in einer harmlosen Situation ist... Bitte. Ich war in der Uni, in meinem Kurs, den ich gerade hatte und wir haben uns verabredet am nächsten Tag für einen Ausflug, so einen Field Trip. Und der Lecturer meinte, wir treffen uns on the dot. So, on the dot, diese Formulierung heißt, man trifft sich pünktlich um eine gewisse Uhrzeit. Also sowas wie, we meet at eleven on the dot. Ja, pünktlich um elf. Also eigentlich heißt es pünktlich um. Ja. Und wenn es nicht gesagt wird, dann kommen alle zu spät. Ja. Also es muss gesagt werden. Ja, genau. Es ist ganz wichtig, das zu sagen, weil hier ist ja manches etwas entspannter, auch was so Uhrzeiten betrifft. Ich habe dann also den Lehrer gefragt, ja, wo das denn sei? Weil on the dot klang für mich wie halt ein Ort. Wo ist denn dieser dot? Ja, wo ist denn dieser dot? Und der Lecturer hat meine Frage überhaupt nicht verstanden. Es wurde still im Raum und ich habe die Frage noch zweimal wiederholt. Okay. Weil ich selbst immer unsicherer wurde, bis der dann irgendwann sehr zurückhaltend versucht hat, mir das zu erklären von der ganzen Klasse, ohne mich allzu sehr bloß zu stellen. Excuse me, Sir, where is the dot? Ja, noch mit so einem schönen, starken, dicken Akzent dabei, genau. Oh Gott, ja. Und dann noch eine Gruppensituation, das ist natürlich besonders unangenehm. In meinem ersten Jahr in Australien. Ja, ja. Das erinnert mich daran, dass, das war ja jetzt Uni, aber auch im Berufsleben gibt es ja solche Dinge. Und ich möchte mal die deutsche Bewerbung erwähnen, weil das ist ja fast für alle Relevant, die nach Australien gehen jetzt, egal ob es unsere WHVler sind oder die Experts oder die dauerhaften Auswanderer, man braucht einen Lebenslauf. Und was nicht funktioniert, ist eben den deutschen Lebenslauf einfach nur übersetzen, weil das Format eben ganz anders ist. Und ein paar kurze Peinlichkeiten, Foto reinfügen, generell keine gute Idee, kommt nicht gut an. Auch Geburtsdatum einfügen, da drückt man schon mit aus, dass man irgendwie keine Ahnung hat von Dingen, die hier erlaubt und verboten sind. Und letztlich auch sowas angeben wie Familienstand. Ja, also das ist komplett bizarr, das wäre hier vollkommen übergriffig danach zu fragen, ob jemand verheiratet ist, Kinder hat oder geschieden ist. Geht gar nicht. Auch sowas wie Hobbys kann man sich eigentlich sparen. Ja. Bei den meisten Menschen steht ja sowieso sowas drin wie Lesen, Fahrradfahren und mit Freunden abhängen. Musik hören, ja. Musik hören, welchen Arbeitgeber interessiert das ernsthaft? Also meine Empfehlung, macht euch einen australischen Lebenslauf, das ist auf jeden Fall eine gute Investition, wenn man sich hier bewirbt. Ja, es ist essentiell, um Job zu kriegen, auf jeden Fall. Ich muss aber einmal noch kurz auf die Unis zurückkommen. Okay. Ich hatte nochmal eine Situation, da haben wir einen Ausflug gemacht in den Regenwald und wir haben Vogelarten bestimmt. Und der Lecturer meinte zu uns, wir sollten nach dem Rufus-Wissler Ausschau halten. Was, der Rufus-Wissler? Rufus-Wissler. Okay. Das ist eine Vogelart. So, und ich habe mir nichts gedacht und habe dann gefragt, welche Farbe denn dieser Vogel hat. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Rufus, das ist eine Farbbeschreibung, das ist halt so eine Art braun-rost-rot. Ach so, okay. Das heißt, das ist also der rostbraune Pfeifer auf Deutsch, könnte man sagen. Und ich habe vor allen Leuten gefragt, welche Farbe dieser Vogel hat. Ist natürlich ober-mega-peinlich. Und wieder einmal ist übrigens der gleiche Lecturer. Schrecklich. Da guckte er mich an und meinte dann, wie bitte? Und ich habe dann gemeint, ja, ne, habe dann nochmal die Frage wiederholt und ich habe gedacht, das sei wie gerade entweder irgendein abstrakter Begriff oder vielleicht der Name des Biologen, der ihn entdeckt hat. Also ich hätte jetzt die Farbe Rufus auch nicht gekannt. Ja. Also das ist schon ein bisschen exotisch. Aber ja, stellt euch halt vor, wie es in Deutschland wäre, wenn euer Mitschüler dann fragt irgendwie, welche Farbe hat der rote Flötenvogel? Da kommt man dann nicht so schlau rüber. Mir steigt die Hits immer noch in die Bank, wenn ich darüber nachdenke. So, da fällt mir auch schon die nächste schreckliche Situation ein. Und zwar war das auch in den ersten fünf Jahren hier in Australien. Da hatte ich einen Unfall. Da habe ich einen Absteppwagenfahrer gerufen. Der hat mich abgeschleppt. Bist du auf der falschen Straßenseite gefahren? Nein, das nicht. Beziehungsweise er hat mein Auto abgeschleppt und ich saß mit ihm vorne in der Kabine drin. Wir haben uns nett unterhalten und am Ende wollte ich ihm halt Trinkgeld geben. Und weil das alles so gut gelaufen ist und ich so dankbar war, wollte ich ihm auch richtig viel Trinkgeld geben. Und der wollte das nicht haben. Und ich habe so typisch deutsch gedacht, das sei halt irgendwie Schüchternheit, Bescheidenheit und habe da total drauf bestanden. Und habe es ihm irgendwann sogar noch zugesteckt. Und er war total entsetzt. Und es wird wirklich richtig unangenehm, bis ich dann gemerkt habe, dass er es wirklich nicht will. Und das war, ja, so meine große Lehre, dass Trinkgeld wirklich nicht erwünscht ist. Ich wusste schon, dass es in der Gastronomie eine Miese nicht ist. Aber in so einem handwerklichen Sachen und wo jemand wirklich viel Arbeit reinsteckt, ist es halt auch nicht erwünscht. Und die Leute in Australien wollen kein Trinkgeld. Das ist unhöflich. Auch wenn ihr denkt, ja, aber das muss man noch machen und die Löhne und sowas. Nein, in Australien gibt man kein Trinkgeld. Macht das nicht. Das ist eine Beleidigung hier. Ja, also es gibt ein paar Kulturgruppen in Australien. Da stehen so Gläser an der Kasse. Keine Ahnung, Massagezentren zum Beispiel. Manche Cafés auch. Oft von internationalen Besitzern geführt. Oder Personal geführt. Dann ist das okay. Aber macht das nicht, wenn das nicht ausdrücklich erwünscht wird. Ja. Ich kenne tatsächlich die Situation auch in Restaurants, wo das, wenn man auscheckt, auf dem Display angezeigt wird. Dann hält es eine Karte dran. Dann wird gefragt, wollen Sie Trinkgeld geben? Dann kann man auswählen zwischen irgendwie 20, 30 und 40 Prozent. Und ganz klein unten drunter steht dann irgendwie, nein, kein Trinkgeld. Aber das ist selten, ja. Das sind so amerikanische Systeme. Da ist ja dieses Tipping eh out of control. Also ihr müsst wirklich hier in keiner Situation, wirklich in keiner Situation Trinkgeld geben. Müsst und sollt bitte nicht. Ja. Ich habe die nächste Anekdote. Und zwar möchte ich gerne über Einkaufen reden im Supermarkt. Und zwar die Situation an der Kasse. Okay. Jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, fällt mir ja auf, wie aggressiv Leute sich an den Kassen verhalten. Wenn dann also die Kasse 5 aufmacht, dann stürzen alle Leute nach vorne. Und man überholt sich gegenseitig und es bildet sich eine komplett neue Reihenfolge. Das ist in Australien nicht so. Wenn hier eine neue Kasse aufmacht, dann achten alle darauf, dass die Reihenfolge gewahrt wird. Das heißt, die, die vorher schon vorne standen, die sind dann auch in der neuen Kasse vorne. Und wenn die langsam sind, dann wartet man. Man drängelt sich auf keinen Fall vor. Eher, würde ich sagen, geht man freiwillig ganz ans hintere Ende, einfach um höflich zu sein. Und ein Bekannter von mir, der kam aus Deutschland frisch an und der hat sich so eiskalt vorgedrängelt. Ja, so richtig mit Ellbogen im Supermarkt. Sehr, sehr unsympathisches Verhalten. Und das Ergebnis war, dass danach ihn jemand auf dem Parkplatz konfrontiert hat, die ihm eine Ohrfeige gegeben hat. Das hat den anderen Typen so getriggert, dass er ihm einfach eine auf dem Parkplatz runtergehauen hat. So kann man natürlich sein Australien-Aufland auch beginnen. Ja. Das ist irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, dass sowas häufiger mal passiert. Australien ist ja allgemein schon körperliche Gewalt, jetzt nicht so ein großes Thema im Alltag. Aber dass irgendwelche Old Mates hier mal austicken, weil irgend so ein Ausländer sich vordrängelt, kann man sich vorstellen. Ja, es gibt einfach Sachen, die triggern die Leute mehr als andere. Und jump the kill, sich vordrängeln, ist eine Sache, die die Leute auf jeden Fall triggert. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur, wenn eine neue Kasse öffnet, auch wenn man sich in einer Schlange, die nicht ganz geradlinig verläuft, einfach so eindrängelt. Da wird kein Spaß verstanden. Generell gibt es ja schon ein bisschen so diesen Gleichheitsgedanken Australien. Wenn man sich also einen Vorteil verschafft, der eben nicht legal ist, dann haben das die Leute gar nicht gern. Genau, Sportsmanship und Mateship, also das geht hier nicht klar. Weil es unfair ist, weil man schummelt. Bleiben wir noch an der Supermarktkasse. Ist ja ganz wichtig auch zu verstehen, dass hier ein gewisser Dialog an der Kasse erwartet wird. Die Kassiererin oder der Kassierer fragt ja, how are you? Und da muss man dann adäquat drauf antworten. Und da muss man nicht ehrlich drauf antworten. Also wenn dich hier jemand fragt, how are you, wie geht es dir? Und du fängst an mit, ganz ehrlich, nicht so gut. Alles schon gemacht. Alles passiert oder gesehen. Wäre ein Desaster. Die Leute wollen hier nicht was über deine Krankheiten hören. Die Leute wollen einfach eine lockere Diskussion führen. Du sagst also gut und sowas wie busy day, also geschäftiger Tag, viel zu tun oder beautiful weather oder weekends coming. Irgendwas, was halt nicht verpflichtend ist, ganz locker ist, auf keinen Fall negativ ist und was nicht irgendwie zu tiefgehende Diskussionen auffordert. Ja, man wird manchmal tatsächlich auch ganz konkret gefragt. How was your weekend? Wie war dein Wochenende? Oder did you have a busy day? Hattest du einen hektischen Tag? Das passiert schon. Und man kann darauf zwei, drei Sätze sagen. Aber das muss halt wirklich umgehen. Unverfänglich und positiv sein. Also kein Öffnen des Herzens, bitte. Und auch ganz wichtig, wo du von Herzen sprichst und Wochenende. Manchmal fragen ja Leute im Supermarkt dann auch an der Kasse, und was machst du heute Abend? Oder was machst du am Wochenende? Aber das ist keine Anmache. Nicht, dass ihr irgendwie sowas antwortet wie, ich habe nichts vor, kann ich deine Nummer haben oder sowas. Das ist nur Höflichkeit. Auf jeden Fall. Habe ich auch schon mal in irgendeiner deutschen Facebook-Gruppe gelesen, dass da jemand irgendwie dachte, dass er bei den australischen Frauen super Chancen hat, weil die ihn andauernd zum Abendessen einladen wollen. Dazu fällt mir auch noch was Ähnliches ein, ist, dass wenn man gefragt wird nach seiner Meinung, dann muss man wirklich gut aufpassen, welche Art von Feedback man gibt, weil es oft negatives Feedback, ehrliches negatives Feedback gar nicht so erwünscht ist. Ich sage nicht, dass ich deinen Pullover unglaublich scheußig finde und sowas niemals selbst tragen würde. Ganz im Gegenteil. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn Leute etwas negativ empfinden, es dann besonders positiv hervorheben. Einfach, weil sie vielleicht auch sich ertappt fühlen, dass sie vielleicht eine Millisekunde zu lange hingeschaut haben. Aber es wird keiner irgendwie irgendeinem fremden, also gerade fremden Personen irgendwie so einen negativen Spruch drücken. Und wenn man noch so gefragt wird. Ja. Oder auch zum Beispiel, wenn man bei einem Event war, wie war es? Und wenn es mir noch so nicht gefallen hat. Es kommt natürlich vor, dass man, man kann natürlich schon ehrlich sagen, es hat mir nicht so gut gefallen. Aber man würde in den meisten Fällen dann schon eher was Unabhängliches sagen und sagen, ja, war ganz okay. Man würde dann nicht anfangen mit so einer Schimpftirade, wo man sich wirklich so vollkommen auslässt, seinen ganzen Frust in die Welt schüttet. Das Negativste ist wahrscheinlich zu sagen, it was alright. Und das heißt ja schon, dass es eigentlich richtig beschissen war. Ja, ja. Ja, das ist korrekt. Das ist so ein bisschen Code, ne? Ja. Wie so ein deutsches Arbeitszeugnis. Wenn man jederzeit versucht, die Erwartungen wahrzunehmen. Gutes Stichwort übrigens. Ich würde gerne aus dem Berufsleben noch ein Beispiel nehmen. Und zwar das Thema E-Mails und Kommunikation im Berufsalltag. Oft machen Deutsche hier den Fehler, dass sie sehr ausführliche E-Mails schreiben im Berufsleben. Weil sie eben Kollegen und Chefs von ihrer Kompetenz überzeugen wollen. Sie legen alles sehr ausführlich dar. Das ist aber gar nicht gewünscht. Niemand hat hier Bock, lange E-Mails zu schreiben. Und ihr werdet auch keine langen E-Mails, keine großen Diskussionen zurückbekommen. Das werden vielleicht nur zwei, drei Sätze sein. Also haltet die Kommunikation hier immer kurz. Es gibt ja das KISS-Prinzip, das ja auch an Universitäten gelehrt wird, wenn es um Kommunikation geht. Und da geht es im Wesentlichen darum, KISS steht für Keep it Simple and Straight. War das so? Keep it Simple and Short? Straight? Egal. Auf jeden Fall soll man nicht rumlabern. Man muss alles präzise ausdrücken. Und niemand lässt sich beeindrucken von langen Sätzen oder von Fremdwörtern. Ja, genau. Die Fremdwörter. Das hätte ich jetzt noch hinzugefügt. E-Mails sollten auch nicht zu formal sein. Das ist natürlich was anderes, wenn man für einen großen Konzern arbeitet, wo das vielleicht Teil der Kultur ist. Aber im Normalfall hält man die relativ casual. Das heißt nicht, dass man total kumpelhaft mit seinen Professoren zum Beispiel umgeht. Aber wenn man zu formal wird, dann kriegt man einen auf den Deckel. Das habe ich auch schon mehrfach erlebt, dass ich wirklich versucht habe, E-Mails zu schreiben, die man als Vorlagen hätte nehmen können. Und ich dann gefragt wurde, was denn mit mir los sei. Ich war ja zu ernst. Und das war ja alles irgendwie sehr merkwürdig, wie ich mich ausdrücken würde. Und das wurde mir wirklich genau so gesagt. In Amerika ist das, glaube ich, noch krasser da. Das habe ich vom Bekannten mal gehört. Der hatte eine lange E-Mail geschrieben an Kollegen. Und einer hat einfach zurückgeschrieben, TLTR, can you reword? Also too long to read, schreib es nochmal kurz. Ja. Also wenn mir das passieren würde, ich wäre ja zerstört für die ganze Woche. Na, wenn ich mir Mühe geben will und dann wird das so falsch verstanden. Aber die Uhren ticken halt kommunikationsmäßig einfach anders. Ich habe gemerkt, dass wenn man zu lange Sachen schreibt, dass man es dann einfach sehr, sehr lange dauert, bis man eine Antwort kriegt. Also ich glaube, dass die Leute einfach keine Lust auf ihn haben und das hinauszögern. Stimmt, ja. Eine Reitlehrerin, die hat sie gefragt, wie gefällt es ihr hier in Australien? Und sie hat dann angefangen, ausführlich alle Vor- und Nachteile Australiens aufzuzählen. Da waren vor allen Dingen sehr viele Vorteile für Deutschland und sehr viele Nachteile für Australien mit dabei. Was ja schon mal diesen patriotischen Geist der Australie etwas triggert, wenn jemand Australien zu schlecht darstellen lässt. Weil sie sich dann immer fragen, ja, was machst du dann hier? Und ja, sie hat vor allen Dingen sehr viel davon geredet, dass Australien ja so oberflächlich seien und Deutsche ja so intellektuell und so stark gebildet. Ach du je, oje. Ich bin im Boden versunken vor Scham. Lebt sie noch hier oder ist sie weg? Sie lebt noch hier. Oder wurde sie auch im Supermarkt zusammengeschlagen? Sie war lange in Deutschland, ich glaube, sie ist jetzt wieder hier, ja. Okay. Und das kann man halt einfach nicht bringen, ne. Also das ist einfach, ich glaube, das wäre aber auch in jedem Land der Welt oder zumindest auch in Deutschland jetzt nicht so der gute O-Ton. Aber ja, hier muss man wirklich bei solchen Dingen etwas aufpassen, weil es natürlich ist, dass man vergleicht. Und man denkt viel darüber nach und es fällt einem vieles auf. Aber da muss man trotzdem aufpassen, wem man was sagt. Ja, und eigentlich ist das ja auch wieder ein Beispiel dafür, dass Tiefgang jetzt in der Kommunikation im Smalltalk einfach nicht erwartet wird. Ja, richtig. Wenn du das gefragt wirst, wie gefällt es dir, dann sag halt gut und gib zwei Beispiele, warum es dir gefällt. Ja. Reicht. Beste ist immer, wenn man gefragt wird, wie gefällt es dir in Australien, dass man erstmal was richtig Positives sagt. Und wenn man dann noch was hinterher schiebt, weil es einem irgendwie auf dem Herz liegt, dann kann man das immer noch machen. Wobei es auch nicht gern gesehen wird, wenn man sein Heimatland, also bei uns Deutschland, niedermacht. Das finden Australien nämlich auch sehr, sehr unangenehm, wenn man dann anfängt, Nachteile in Deutschland aufzuziehen. Weil das können die auch wieder mit ihrem Patriotismus gar nicht verstehen. Die erwarten schon, dass man irgendwie auf sein Land auch stolz ist. Und nicht, dass man es irgendwie jetzt in den Dreck zieht. Also sollte man auch vermeiden. Ja, außerdem ist es ja schon so, dass viele Leute gerne mal, also viele Australier auch gerne mal so eine Europareise machen. Und gerne nach Deutschland kommen und sich auf dieses Land dann lieber freuen möchten, als dann irgendwie nur so negative Storys zu hören. Ja, ich würde nochmal gern aufs Berufsleben eingehen und zwar auf das deutsche Ritual, einen Kuchen mitzubringen, wenn man Geburtstag hat. Das gibt es hier so nicht und ich würde es auch nicht empfehlen. Ich habe schon von Deutschen gehört, die das gemacht haben. Im besten Fall sind die Leute überrascht und essen den Kuchen gerne. Aber es kann genauso gut sein, dass sie einfach total abgeturnt sind. Und einmal, weil sie das Ritual nicht kennen, aber auch, weil so das Mitbringen von selbstgebackenen Sachen ist nicht hier kulturell unbedingt verbreitet. So Themen wie Ernährungsregeln oder Allergien und sowas sind hier relativ groß geschrieben. Und es ist ein bisschen unsensibel, da einfach mit seinem Hausrezept aufzukreuzen. Also ich würde sagen, dass man an seinem Geburtstag erstmal gar nichts mitbringen muss. Nö, das wird aus der Arbeit organisiert. Selbstgebackene Sachen sind generell nicht so beliebt. Das ist auch so, wenn man das Kind Geburtstag hat und man möchte dann Kuchen mit in den Kindergarten bringen. Das ist oft schon verboten und zumindest oft nicht gern gesehen. Man möchte ja schon lieber abgepackte Sachen haben und das ist in der Schule genauso. Ja, ganz genau. Also in vielen Schulen ist es so, dass man gar nichts mitbringen darf zu Geburtstagen, sondern dass der Tuckshop, also die Schulkafederie, da so eine standardisierte Auswahl von Geburtstagsdingen hat, die man dann da kaufen kann, die dann in den Klassenraum gebracht werden. Man will halt Allergene und irgendwelche unkontrollierbaren Sachen einfach von der Schule fernhalten. Ja. So, wir haben gerade über selbstgebackene Sachen geredet. Dann spreche ich nochmal ganz kurz die selbstgebastelten Sachen an. Denn wenn man Sachen hier selber bastelt und zum Beispiel jemandem halt schenken möchte zum Geburtstag oder irgendeinem Event, dann denkt man in Deutschland, ja, ja, so selbstgemachte Sachen, die kommen so richtig von Herzen, das ist was ganz Persönliches. Weil Arbeit drin steckt. Genau, weil das ist was, wo man halt Zeit reingesteckt hat. Und das kommt hier so richtig gar nicht gut an. Es sei denn, man kann halt irgendwas wirklich ganz, ganz toll, keine Ahnung, Kerzen ziehen oder sowas. Ich weiß nicht, wie man halt irgendein Talent hat. Aber das macht man ja einfach nicht. Mit dem Ziehen. Und ich habe das ein paar Mal erlebt, dass Leute das gemacht haben. Deutsche, die dann halt auf Partys sowas mitgebracht haben und es gab dann komische Blicke. Es wurde nichts gesagt. Die Australien sind ja höflich und es wurde nichts gesagt. Aber es war dann schon eindeutig, dass es halt sehr merkwürdig ankam. Einmal habe ich allerdings erlebt, da wurde was gesagt. Da hat eine Deutsche einen Traumfänger gebastelt. Oha. Und das war kulturell so unsentliebel, dass dann tatsächlich auch was gesagt wurde. Und das wurde dann mega so peinlich. Und ja, es wurde dann auch für ein paar Minuten relativ still im Raum. Kulturelle Aneignung. Wurde sie von allen weiteren Partys gecancelt? Ich glaube nicht, dass sie da nochmal eingeladen wurde. Das war einfach zu schlimm für alle Beteiligten. Da muss ich kurz darüber reden, wo du den Traumfänger erwähnst. Die Cowboyhüte müssen erwähnt werden. Cowboyhüte tragen hier in Australien Cowboys. Gut, die nennt man hier nicht so. Aber halt Leute, die auf dem Land leben und auf dem Land arbeiten. Die tragen Hüte als Teil ihrer alltäglichen Arbeitskleidung, um sie vor der Sonne zu schützen. Und Städter tragen solche Hüte nicht. Wir sind hier nicht in Texas. Und deswegen braucht auch ihr keine australischen Cowboyhüte zu tragen. Wenn ihr einen Lieblingshut zum Wandern habt mit breiter Krempe, was ja sehr zu empfehlen ist, dann ist das was anderes. Aber ihr müsst keinen australischen Hut kaufen, um australischer zu wirken. Das ist ein bisschen wie wenn irgendwie in Deutschland jemand, was weiß ich, irgendwie der traditionelle bayerische Stirndl sich kauft und damit dann ins Büro geht. Also es ist einfach daneben. Also als ich in Australien ankam, hatte ich natürlich auch meinen schönen braunen Lederhut im Gepäck. Ja, hatte ich auch. Es ist so diese deutsche Vorstellung vom Outback und davon halt richtig mit dabei zu sein. Ja, ich habe ihn gekauft im Australien-Shop in Frankfurt. Ja. Das ist ganz in der Nähe vom Restaurant Down Under, das es damals da gab. Ja. Und wenn man hier ist vor Ort, dann merkt man auch, dass Leder wirklich unpraktisch ist. Ich meine, es ist halt hier gerade in Queens, wo wir leben und im Outback auch einfach wahnsinnig warm. Und so ein Lederlappen am Kopf, also da brutzelt man ganz schön durch. Ja. Aber ich trage generell nur Filzhüte, auch aus anderen Gründen. Und die tun den Job eigentlich. Die trage ich allerdings auch nur, wenn ich wirklich draußen unterwegs bin oder draußen halt Arbeit habe als Wissenschaftlerin oder was auch immer. Dann ist das okay. Aber jetzt im Alltag in der Stadt, da tragen die meisten Leute Basecap oder halt irgendwelche schicken Hüte oder gar nichts. Ich trage seit Jahren so einen Billohut von AliExpress, den ich mir wieder nachkaufe. Aber er funktioniert. Wir haben gerade eben über Party gesprochen. Da habe ich auch noch was zu. Und zwar die Formulierung to bring a plate. Bring a plate heißt, dass jeder zu einer Party was mitbringt. Also eine Platte, irgendwas Schönes, Leckeres drauf und dann eben Folie drüber und dann schleppt man das zur Party hin. Kennt ihr ja alles aus Deutschland. So weit, so gut. Nun heißt diese Formulierung aber wörtlich, ja, nimm einen Teller mit. Bring einen Teller mit. Und eine Bekannte von mir, die hat das, als die neuen Australien waren, missverstanden. Du kennst die Geschichte. Und sie hat eben tatsächlich nur einen leeren Teller mitgebracht, weil sie dachte, oh, hier muss ja jeder sein eigenes Geschirr mitbringen. Bisschen komisch, aber okay, wir sind ja im anderen Land und da will ich mich natürlich anpassen und das auch so machen. Und dann kam sie mit ihrem leeren Teller an, alle anderen natürlich mit einem vollen Teller. Das kam natürlich auch nicht gut an. Das ist dann so das Äquivalent von, wenn nur du ein Kostüm trägst und alle anderen nicht. Also 100 Prozent off, sehr, sehr, sehr unangenehm. Ja, wie bei Bridget Jones, die Pfarrer- und Flittchen-Party. Ja. Unangenehm. Sehr unangenehm. Mir fällt gerade noch was ein zu dem, was du eben gesagt hast. Die Hüte. Ja. So, es gibt ja noch viele weitere, ganz stere typische australische Outfits, die gerade in Deutschland sehr beliebt sind. Zum Beispiel der Ölmantel. Gute alte Ölmantel. Der Ölmantel, den man hier eigentlich nie sieht. Also ich kenne tatsächlich ein paar sehr traditionelle Australier, die das aber auch wirklich nur deshalb tragen, weil sie sich halt so ein bisschen zu dem Australien sein bekennen wollen. Nicht aus praktischen Gründen. Also das ist aber extrem, ganz, 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 ganz selten. Ja, das Ding wird auch eigentlich benutzt auf dem Land, auch von Farmern, wenn die irgendwas im Regen machen müssen. Ja, aber das ist halt wirklich schon eher so 50 Jahre her. Also heutzutage macht das kaum noch jemand. Ja. Also wie gesagt, ich kenne ein paar Leute, aber das ist aber echt, die sind die große, große, große Ausnahme. Und dann gibt es ja noch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel gibt es Cowboy-Stiefel. Die sieht man tatsächlich sehr oft im Ländlichen, gerade bei Rodeos und so. Aber endlich halt auf Events, wie zum Beispiel Rodeos. Oder man sieht sie halt wirklich meistens sehr, sehr ausgelatscht, wenn halt Leute auf dem Pferd sitzen. Ja, auf jeden Fall. Und nur da und sonst nicht. Ja, wenn man dann sowas in der Stadt trägt oder sowas, dann wirkt das einfach wie Kostümball. Genau. Oder als ob man auf dem Land wohnt und gerade in der Stadt irgendwie seine Vorräte einkauft. Also wenn ihr hier aus dem Flieger steigt und ihr tragt eine Wrangler-Jeans, Cowboy-Boots, riesige Gürtelschnalle und dazu den Ölmantel und einen Leder-Cowboy-Hut, dann werden euch die Leute wahrscheinlich erstmal angucken und denken, ihr seid irgendwie so ein versteckter VIP oder irgendwie seid auf irgendeiner Mission. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was sich hier so ins Stadtbild einfügt. Auf jeden Fall. Und wenn ihr euch integrieren wollt, was Kleidung betrifft, dann kann ich einfach ein paar Dinge nennen, die ihr nicht tragen sollt. Nämlich so Sachen, die einfach so überdeutsch aussehen. Vor allem sind das mal lange Blue Jeans. Ja, das ist ja in Deutschland gerade bei Männern gerade Pflichtgarderobe. Das braucht ihr hier eigentlich nicht. Das zweite sind irgendwelche Sandalen mit Socken-Stereotyp. Das tragen halt wirklich auch nur die Deutschen. Ich habe das noch in keiner anderen Kultur gesehen. Und drittens bei Frauen so halblange Jeanshosen, die irgendwie so knapp übers Knie gehen oder knapp unter. Das sind alles so Deutsch-Uniformen. Das könnt ihr zu Hause lassen. Ansonsten könnt ihr eigentlich alles tragen, wird hier keinen stören. Ihr könnt natürlich tragen, was ihr wollt. Ja, ich meine, Australien ist ein freies Land. Man kann machen, was man will. Es geht nur so darum, dass man halt bei gewissen Auslösen einfach sofort erkennen kann, dass du Deutsch bist. Und wenn wir durch die Stadt gehen, wir wissen sofort, Deutsch, nicht Deutsch, Deutsch, nicht Deutsch. Das ist einfach so und steht jedem frei. Aber das sind ja nur so ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind. Auf jeden Fall. Bleiben wir noch bei, was ganz Deutschem machen. Und zwar German Stare ist definitiv auch eine Erwähnung wert. In Deutschland glotzt man ja oft so. Jeder, der so in der Öffentlichkeit rumlatscht, ist eigentlich konstant damit beschäftigt, andere Leute auszuchecken, abzuscannen und zu bewerten. Das macht man hier nicht. Also in Australien ist es eher so, dass man diskret wegguckt, auch wenn es vielleicht gerade was Krasses zu sehen gibt. Und fällt halt sehr, sehr unangenehm auf, wenn man diese Regel verletzt, wenn man also so starrt. Ja, das wirkt schon sehr creepy, wenn man von irgendjemandem angeglotzt wird. Und wenn man eine Weile hier ist, merkt man auch erstmal, wie komisch das in Deutschland einfach ist. Und der Begriff German Stare, das deutsche Starren, der ist ja auch tatsächlich weltweit bekannt, weil es halt eine sehr deutsche Eigenschaft ist. Und das ist uns in den ersten Jahren gar nicht aufgefallen. Und irgendwann haben wir diesen Begriff gelernt und dachten, was ist denn das, glaube ich nicht, ist doch Blödsinn. Wir starren doch gar nicht mehr als andere. Und wir haben angefangen, darauf zu achten. Und es ist tatsächlich so. Das deutsche wirklich viel starren. Und jedes Mal, wenn ich nach Deutschland fliege, merke ich das auch, dass man halt viel mehr beobachtet wird. Und nicht nur das, man wird auch viel mehr so angesprochen. Und zwar nicht so, in Australien wird man ja auch oft das mal angesprochen. Gerade wenn man Hilfe braucht oder einfach ganz locker. Aber man wird oft auch kritisch angesprochen. Oder Leute sagen, kommentieren was bewertend oder beschweren sich über einen Lauthals. Und das sollte man ja auch sein lassen. Wir hatten hier eine deutsche Freundin zu Besuch. Wir waren mit der wandern. Und dann liefen vor uns eine Gruppe Leute her. Und die meinte total laut. Also die starrte die ganze Zeit von hinten an. Das haben sie Gott sei Dank nicht gesehen. Aber irgendwann meinte die ganz laut, boah, ist der dick. Und also mir ist wirklich der Rauch aus den Ohren gekommen. Also das ist ja auch nicht besonders nett, davon ganz abgesehen. Aber man macht das auch nicht. Und man muss auch immer damit rechnen, dass die Leute auch Deutsch können. Auf jeden Fall. Es gibt ja viele Leute, die Deutsch sprechen. Sehr viele. Ja, und das kann ja immer mal passieren, dass sich dann jemand umdreht und dann sagt, wie bitte? Ja, also ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass ich nicht verstanden wäre. Ich würde lieber höflich bleiben in jeder Situation in der Hinsicht. Ja, ich würde aber auch schon generell sowas nicht sagen, weil es einfach nicht nett ist. Auf jeden Fall. Thema nett und Etikette fällt mir noch ein. Das Thema Händeschütteln. Auch sehr anders. Schon vor Corona war hier nämlich Händeschütteln nicht so verbreitet wie in Deutschland. In Deutschland ist das ja wirklich, wenn man jemanden trifft, absolute Pflicht, die Hand zu geben. Und dann auch noch diese Regel, dass irgendwie der Frau zuerst die Hand geschüttelt wird und dass man sich nicht über Kreuz die Hände geben darf. Großes Thema in Deutschland. Hier eigentlich überhaupt nicht. Händeschütteln war immer schon optional. Manche Leute machen es, aber oft kann man sie es auch einfach schenken. Vor allem dann, wenn es sich jetzt irgendwie nicht gerade ergibt, wenn man irgendwie mehrere Leute trifft oder wenn man eh auseinander steht, ein bisschen weiter weg. Dann lass es einfach sein. Also das ist auf jeden Fall kein Stilbruch, hier einem nicht die Hand streben. Und nicht über das Händeschütteln kann unangenehm sein. Auch wenn man PDA, das heißt, wenn man Public Display of Affection, das heißt, wenn man mit seinem Partner hier in Australien ist und in der Öffentlichkeit zu viel, naja, so körperliche Zuneigung zeigt, das ist hier sehr, sehr, sehr verpönt. Also in Deutschland, man sieht zum Beispiel öfters mal Leute rumknutschen oder kuscheln oder halt mal rummachen. Man sieht ja ständig solche Dinge in Deutschland, in jeder Ecke im Park oder sowas. Und das gibt es hier in Australien nicht. Und das ist wirklich sehr, sehr schlecht angesehen. Und da bin ich auch schon in Fertighöppchen getapft, die ich aber jetzt nicht erzählen möchte. Ich kann euch nur sagen, lernt aus meinem Fehler, macht es nicht. Es ist sehr unangenehm und es kann auch mit einem Platzverreiß einhergehen. So, wie ihr seht, kann man sich in Australien ganz schön in die Nesseln setzen. Maren und ich haben euch hier eine ganze Latte an Beispielen gezeigt, wie man es eben nicht macht. Und es gibt natürlich noch viel weitere. Habt ihr vielleicht jetzt konkrete Fragen, ob irgendwas hier in Australien erlaubt ist oder eine gute Idee ist oder ob man da vorsichtig sein sollte? Schreibt es in die Kommentare. Wir werden die beobachten in den nächsten Tagen und werden dann auf eure Fragen eingehen und alles beantworten, was ihr da noch wissen wollt. An dieser Stelle auch vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Lasst ein Abo da und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.